Heute spielen wir das Spiel Klamottenklamauk, ist von Gamefactory und ist ab drei Jahre. Rezensionen, Emotionen, Videos blocken und mal loggen, seit zehn Jahren spielen Narren, lebt dreimal hoch, klicken nabbelnd. Jeder hat nämlich so einen Waschbär. Nein, nur ich. Nur du es zeigst. Wir machen das richtig. Okay, wir machen es so. Genau, die kann man nämlich aufeinander stapeln. Genau, so sehen die dann aus. Genau, das ist die Rückseite. Ich kriege wieder meine. So, und wir müssen diesen Waschbären, den müssen wir anziehen. Genau, und das sind die Karten, der Rez zeigt das schon mal in die Kamera. So sieht es dann an, wenn man den angezogen hat. Es gibt hier einen Würfel, wo man es anzeigt, eine Hose, Hemd oder man darf es sich aussuchen. Genau. Und es gibt hier verschiedene Farben. Es gibt auch Regenbogen, dann darf man es sich aussuchen. Und im Regenbogen darf man es sich aussuchen. Genau, dann fangst du mal an und würfelst mal. So, du hast eine, dass man das sieht, eine grüne Hose. Jetzt darfst du dir hier irgendwas nehmen zum Anziehen mit einer grünen Hose. Hm, was gibt es denn als mit der grünen Hose? Zum Beispiel hier den Koch gibt es dann. Du willst dir wieder überlegen, wen du nimmst. Jawohl, jetzt machst du das einfach drauf. Genau, das kommt dann geradezu drauf. Dann ist der Papa dran. So, ein lila Hemd muss ich haben. Dann suche ich mir natürlich aus. Ich nehme jetzt diesmal mal den Fußballer. Das sieht dann nämlich so aus. Und wer zuerst nämlich fünf Karten hat, gesammelt hat, der hat das Spiel gewonnen. Aber vorsichtig, was will man nicht würfeln? Was ist das? Die Unterhose. Und was passiert dann? Da muss man alles abgeben. So, jetzt bist du dran. Würfel mal. Die Unterhose. Genau, mit der Unterhose. Oh, ein Hemd in einer beliebigen Farbe. Was hast du denn jetzt genommen? Ritter. Den Ritter, toll. Jetzt hast du schon zwei. Ich darf es mir aussuchen. Oh, schau mal, ich nehme den Musiker mit der lilanen Hose. Den nehme ich jetzt. Dann bist du dran. Würfeln. Echt, den Feuerwehrmann kriegst du vielleicht noch. Gelbe Hose, was nimmst du dir jetzt? Feuerwehrmann. Genau, den Feuerwehrmann. Ich habe jetzt drei. Du hast jetzt drei, genau. Wenn du fünf hast, hast du gewonnen. Ein lila, nein, ein grünes Hemd. Und was nehme ich da? Ich nehme den Fußballer. Gelbe Hose. Ich nehme mir eine gelbe Hose. Und wenn ich die gelbe Hose habe, dann habe ich gewonnen. Dann müssen wir erst mal zählen. Da hast du einen zum Beispiel. Oder willst du die Tänzerin? Ja, lieber das. Okay. Gewonnen. Gewonnen. Zähl erst nochmal nach. Hast du fünf? Ja. Schau mal, wenn ich jetzt nochmal das Beispiel hätte, ich hätte das gewürfelt, dann müsste ich alles abgeben. Das war's. Ich lebe mir. Tschüss. Tschüss. Rezensionen, Emotionen, Videos blocken und mal loggen. Seit zehn Jahren spielen Narren. Lebt dreimal hoch, klicken nabbelnd.